Musik Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir wieder eine Traumschärfe, und zwar den Steinhauer Weg. Er ist etwa 10 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, hier sind Sarah und Marco vom Kanal Strauch's Wanderlust. Wir wünschen euch heute ein wunderschönes erstes Adventswochenende. Wir haben uns sogar extra für euch passend dazu eingekleidet. Momentan laufen wir pfadartig durch den Wald. Richtig, richtig genial. So lieben wir das. So lieben wir das. So lieben wir das. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Der Weg hat uns gut gefallen. Er bietet breite Wege sowie auch schmale Pfade. Für Anfänger ist dieser Weg auch geeignet. Er sollte etwas Trittsicherheit mitbringen für die schmalen Pfade. Ansonsten alles top. Daumen hoch. Wir bedanken uns, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Über Kommentare würden wir uns natürlich auch freuen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Bis dann. Ciao, ciao. , ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir bedanken uns, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Ne, der Daumen war nicht drauf.